Wem die Namen Edward Cullen, Bella Swan und Jacob Black etwas sagen, der ist bei diesem Browser Game vielleicht genau goldrichtig und damit herzlich willkommen zu einer neuen Spielevorstellung. Diesmal habe ich Blood Moon unter die Lupe genommen, ein typisches Spiel, welches in das Schema passt von Games, die der Schilling gerne zockt und zwar Rollenspiel Browser Games. Blood Moon ist angesiedelt im Vampir-Setting. Es gibt die drei Klassen, die Vampire, die Wehrwölfe und die Hunter. Hier auch in der Ehrenhalle zu sehen, dieses Icon steht für die Vampire, dann haben wir noch die Wehrwölfe und die Hunter, die Bogenschützen. Jede Klasse hat ihre eigenen Vorteile und in dem Spiel geht es darum, gemeinsam mit Clans hier die Rangliste zu rocken. Fangen wir mal an im Schloss. Oh, da wartet auch gerade ein kleiner Kampf gegen eine Fledermaus der Stufe 9 auf mich. Rundenbasiert kämpft jeder Spieler mit je einem Angriff nacheinander. Am Anfang, das war dieser Token-Kampf, der Grüne, den man gesehen hat, gibt es eine zufällige Chance, wer am Anfang so einen kleinen Fluch ausspricht, was man auch mit Attributen erhöhen kann. So, im Schloss sind wir nun angekommen bei unserem Vampir-Oberhäuptling, der uns immer drei Aufgaben gibt. Vorher habe ich noch die Belohnung anzunehmen. Also hier haben wir drei verschiedene Aufgaben, die verschieden lange dauern. Hier zum Beispiel zwölf Minuten, dafür bekomme ich 307 Gold und Erfahrungspunkte. Wieder zwölf Minuten, dafür gibt es sogar hier einen Blutstein. Das ist neben Gold, die zweite Währung im Spiel und hier erhalte ich zum Beispiel eine Schutzweste. Als Belohnung von der vorigen Quest habe ich aber hier einen neuen Dolch bekommen, ein Waki-Zashi. Das rüste ich doch gleich mal aus. Einen Gürtel habe ich auch. Aha, der ist aber schlechter, deswegen begebe ich mich einfach mal zum Waffenladen. Ja, und hier werde ich jetzt diesen Gürtel verkaufen. Ebenso wie meinen alten Ring. Ich kann mich aber natürlich auch neu ausstatten. Was fehlt mir denn zum Beispiel? Für diesen Inventarplatz brauche ich noch ein neues Item. Ja, zu schade, da hat der Händler gerade nichts für mich dabei, aber ich kann mir ja zum Beispiel neue Handschuhe. Neue Handschuhe, nein, die sind auch nicht wirklich viel besser. Dann schaue ich doch vielleicht einfach mal, ob ich neue Ware bekomme. Hier kann man neue Ware anfordern, jeden Tag oder auch mit einem Blutstein. Oh, was habe ich hier? Hier eine 10 mm, eine neue Schutzweste, wieder einen Gürtel, ein neuer starker Bogen. Oder ich begebe mich ins Labor. Im Labor findet man verschiedene Tränke. Hier habe ich mir schon zum Beispiel einen gekauft, der die Missionsdauer um 50% senkt. Weitere Tränke gibt es hier zum Beispiel noch, alle Attribute plus 10%. Jawohl, den kaufe ich mir natürlich auch noch. Ein Trank, der die Farbungspunkte erhöht. Auch nicht schlecht. Und im Charaktermenü verwende ich diese Tränke jetzt. Hier hat man eine Übersicht über alle Tränke, die gerade aktiv sind und wie lange sie noch halten. So, das ist mein Charakter. Weiter oben hier im Charaktermenü gibt es die Errungenschaften. Für gewonnene Kämpfe, für Hauptmissionen, das sind die Story-Missionen, wo ich gleich noch hinkommen werde. Für die erlangte Ehre über PvP-Kämpfe, sowie für Aufträge und gearbeitete Arbeit hier beim Totengräber, bekommt man hier diese Medaillons, die Errungenschaften. Und mit jedem Rang erhöhen sich zum Beispiel jetzt hier für diesen Orden alle Attribute um drei Pünktchen. So, beim Totengräber kann ich arbeiten. Zum Beispiel, ich sage jetzt, gut, ich bin im Schloss fertig. Ich habe alle Quests erledigt, die ich heute machen möchte und stelle hier meine Arbeit ein. Wie lange ich denn arbeiten möchte, zum Beispiel jetzt für 10 Stunden bekomme ich 640 Münzen. So, aber nach einem harten Tag, bevor ich arbeiten gehe, gehe ich noch zurück in meinen Unterschlupf. Hier im Unterschlupf, das ist mein Heim, meine kleinen vier Wände, die kann ich auch im weiteren Spiel immer mehr ausbauen. Dafür muss man aber erst Hauptmissionen erledigen. Da ist jetzt die Valerie vorbeigeschneit in meinem Heim und bietet mir hier nun eine Story-Mission an. Dafür muss ich auf die Weltkarte gehen und habe hier nun verschiedene Zonen. Alles in grüner Schrift, das heißt, alles ist in bester Ordnung. Hier kann man die Story-Missionen weitermachen und je mehr Story-Missionen man in einem bestimmten Gebiet hat, desto besser sind die Ausrüstungsgegenstände beim Händler. Bin ich jetzt in Paris sehr weit fortgeschritten, steht hier, du kannst allen Schmuck kaufen, den du tragen kannst. Das heißt, die Items sind alle auf einem guten Level vom Schmuck her, die ich beim Händler bekomme. Wenn ich hier zum Beispiel in einer Zone hinten nach bin, dann sind auch die Items schlechter. Deswegen muss man hier bei der Weltkarte schauen, dass man auch hier vorankommt. Da warten bei den Story-Missionen stärkere Gegner als bei den herkömmlichen Missionen. Hier zum Beispiel der unerwartete Besuch, ein böser Ghoul und wenn es jetzt gerade 24 Uhr ist, vielleicht komplett leise gespenstische Stimmung, da hätte ich schon Angst noch dazu mit den ganzen Sound-Effekten, die hier das Spiel bietet. Also Gruselstimmung pur in Blood Moon. Nun, der lag jetzt auf einen Schlag, weil ich anscheinend schon doch recht stark bin für mein Level und das die erste Mission war. Der Ghoul ist besiegt, das hätte ich erledigt und ich kann jetzt zurück in meinen Unterschlupf und ein Möbelstück meiner Wahl verbessern. Hier jetzt zum Beispiel den Schrank, der wird dann etwas prunkvoller, so wie die Lampe, ändert sich auch oder ein neues, gemütlicheres Bett. Na gut, dann verbessere ich doch einfach mal das Bett. Hat die Valerie jetzt noch was für mich? Jawohl, noch was. Und zwar schickt sie mich diesmal nach New York, Da die Story-Missionen doch etwas umfangreicher und schwieriger sind, kann man nur einmal pro Stunde eine von diesen bestreiten. Wer aber die Zeit abkürzen möchte, kann das mit Blutsteinen tun. Das werde ich jetzt auch direkt machen. Setze einen Blutstein ein und sehe schon, oh, der ist Stufe 10, hatte den zufälligen Angriff am Anfang mit dem Totenkopf und hat mich sofort in Grund und Boden gestampft. Das heißt, für den muss ich noch stärker werden. Könnte also jetzt noch im Schloss Missionen erledigen, nur leider ist meine Abenteuerlust für heute aufgebraucht. Also hier das Blut gibt an, wie viele Abenteuer ich noch für einen Tag erledigen kann, aber es gibt eine Möglichkeit, wie man sich sein Blut noch als Vampir antrinken kann. Und zwar begebe ich mich dafür auf die Jagd. Hier in der Jagd hat man seine Rangliste mit den verschiedenen Spielern, wo ich jetzt hier zum Beispiel einen Werwolf angreife. Du brauchst mehr Ausdauer. Aha, okay. Aber dafür begebe ich mich ganz einfach ins Labor, wo ich mir ein künstliches Blut dazukaufen kann. Diesen Trank werfe ich mal kurz ein und schon habe ich Ausdauer dazubekommen. So, jetzt aber nochmal. Angriff auf den bösen Werwolf. Und auf einen Schlag liegt er. Ich habe 50 Ära dazubekommen und einmal erlangtes Blut. Nun ist meine Ausdauer im Blut hier auf 21 Punkten. Ich kann wieder zurück ins Schloss gehen und dort weiter Quests erledigen. Da muss ich schauen, welche Quests gibt wie viele Erfahrungspunkte. Und die nehme ich mir dann an. Für die bekomme ich sogar einen Blutstein. Das heißt, ich schnappe mir einfach mal die. Weiters ist es ja hier ein Massively Multiplayer Online Game. Und man muss nicht gezwungenermaßen alleine spielen. Deswegen gibt es die Möglichkeit, einen Clan zu gründen oder einem bestehenden Clan beizutreten. Na gut, dann schaue ich mir doch einfach mal die Liste der Clans an. Jetzt bin ich auch direkt einem beigetreten. Gehe nochmal kurz in die Halle der Ehre und sehe jetzt hier die verschiedenen Clans. Da sind die Spieler aufgelistet sowie der Ausbau des Clans. Also es gibt die Festung. Dadurch werden die Lebenspunkte aller Spieler erhöht. Sowie den Schatz, der erhöht das gewonnene Gold bei Aufträgen und bei der Arbeit. Und die Bibliothek erhöht die Erfahrungspunkte, die man bekommen kann. Hier der Gildenleiter Checkpoint, den kann ich mir jetzt zum Beispiel ansehen. Der ist Stufe 195, also schon ordentlich und hat Top-Ausrüstung. Ausrüstung kann man sich eben beim Waffenladen oder im Labor kaufen. Oder man kann aber auch hier über dieses Plus seine Attribute Stärke, Geschicklichkeit, Willenskraft, Konstitution und Charisma stärken. Stärke, Geschicklichkeit, das sind die üblichen Verdächtigen für Angriff und Schaden. Die Willenskraft ermöglicht diesen Totenkopf am Anfang. Konstitution bestimmt die Lebensenergie und Charisma, das ist eine Besonderheit von Blood Moon, erhöht den Einfluss in den Läden. Und zwar, je höher dieser Charisma-Wert ist, desto billiger sind die Items im Laden. Ich gehe jetzt mal kurz zum Waffenladen. Sehen wir hier diese 10 Millimeter an. Die kostet 460. Gut, dann erhöhe ich mal meinen Charisma-Wert ein bisschen. 460 hat sie vorher gekostet. Jetzt kostet sie 453. Das heißt, wer hier seine Punkte hineingibt, kann zudem im Shop leichter an billige Ausrüstung kommen. Alles in allem ist Blood Moon ein umfangreiches Casual-Game für Leute, die nebenbei noch ein wenig spielen und klicken möchten. Entwickelt und Published ist dieses Game von Playa Games, die auch bekannt sind für Shakes & Fidget und zum Beispiel auch Kicker Star. Und von daher wünsche ich viel Spaß mit diesem kostenlosen Browser-Game.